Hallo Masters Fans, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom hier auf meinem Kanal. Heute werden euch in diesem Video zwei Fragen beantwortet, die seit Tagen im Raum schwirren. Schwirr, 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 ja. Denn zum einen habt ihr bestimmt noch in Erinnerung, dass ich am 5. April ein Gewinnspiel gestartet habe, ein spontanes Gewinnspiel, ja. Aus der Situation heraus, wo ich euch etwas reviewt habe. Und zwar geht es hier um die Funko Vinyls, ja. Man sieht hier Beastman und die Sorceress. Und das windige Auge merke ich schon, da hat Funko ein wenig Bock missgebaut. Denn hier müsste die Sorceress draufstehen, weil es ist ja hier, steht aber Beastman. Und hier müsste eigentlich die Sorceress stehen, steht aber Beastman oben eingeordnet. Jetzt dachte ich, weil ich diese Verpackung schon geöffnet hatte, ich hatte sie in dieser knappen Zeitnot, habe ich die falsch eingeordnet. Nein, Funko hat sie falsch beschriftet. Dieses Package werde ich euch gleich am Ende des Videos, werde ich euch sagen, wer dieses gewonnen hat. Denn ich habe aus den Kommentaren, es haben glaube ich einige mitgemacht, werde ich euch den Gewinner auserkoren, den ich dafür vorgesehen habe. Die zweite elementar wichtige Frage werde ich euch beantworten, nachdem ich hier, relaxed, einen Schluck Kaffee aus meiner Kaffeetasse getrunken habe, werde ich euch dieses auch beantworten. Denn seit einigen Wochen steht meistens in meinem Video im Hintergrund hier, He-Man auf Battle Cat. Es haben mich wirklich so unzählige Zuschriften erreicht über Instagram und Facebook. und die Fragen, woher hast du das? Woher ist das coole Teil? Diese Frage werde ich euch gleich beantworten, denn es gibt noch mehr coole Teile davon. Ich habe einige bekommen, möchte ich euch auf alle Fälle zeigen und am Schluss werde ich auch verraten, woher ich es habe. Denn es können jetzt Bestellungen aufgegeben werden, wovon ich aber nichts habe. Ich habe davon nichts, außer schöner Aufsteller. Lohnt sich auf alle Fälle. Und dann gucken wir uns die Teile jetzt erst einmal an. Ja, da steht nun dieser tolle Aufsteller, wo He-Man auf Battle Cat aufsitzt. Dieses Motiv stammt aus der Filmation-Version unserer Giganten. Ja, so muss He-Man ausschauen, oder? Ja, das ist mein He-Man, so wie ich ihn als Kind haben wollte, wie ich ihn bis heute in den Filmation-Cartoons liebe. Auch Orko gibt es natürlich als Filmation-Version, als Aufsteller. Ja, er sieht ja auch mega, mega schnuckelig aus. Mega, mega cool, oder? Was meint ihr? Auch der Herr des Bösen Skeletor gibt es als geilen Aufsteller. Ja, dieser macht sich aber auch richtig cool in eurem Sammlerzimmer, ne? Oh, ja, guck mal hier die Pose, ja? Ah, bekommt man doch schon Schiss. Aber auch eine Menge Kindheitserinnerungen. Ja, wo Skeletor ist, darf auch Hordak, sein ehemaliger Lehrmeister, nicht fehlen. Ja, dieser Aufsteller ist ja auch mega, mega cool. Diese ultrageilen Aufsteller sind aus dem Material Forex. Ja, ich kannte Forex vorher gar nicht, dieses Material ist aber, jetzt zeige ich euch mal was, hier an Skeletor. Eine sehr dünne Platte, ja, sehr robust. Ja, da fällt schon, da fällt auch unten schon der Halter ab. Da muss ich sagen, das ist leider ein großer Nachteil. Diese Halterung, ja, womit die Figuren stehen, ist schon Mist. Ja, aber sie halten, das zählt, ja. Sieht zwar nicht so schick aus an den Füßen bei den Figuren, aber ist ja auch egal, ja, die halten wenigstens. Man kann ja auch, so habe ich es mir gedacht, ja, man könnte auch zum Beispiel, Moment, hier Skeletor am Regal dran kleben, würde auch mega cool aussehen, oder? Wenn man in verschiedenen Fächern daneben, ja, die Figuren so dran pappt, sieht doch schon mega cool aus, oder? Wie gesagt, sind aus Forex hervorragend gearbeitet, muss ich lassen, gefällt mir richtig gut. Und das Coole ist, bei diesem tollen Shop, wovon ich den Namen gleich sagen werde, ja, ihr müsst euch doch ein bisschen gedulden, Moment, nee, das war falsch, Moment. Der fertigt auch Motive nach euren Vorschlägen an. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Super Mario-Fan seid, ja, macht ihr natürlich auch Aufsteller vom Style des Super Marios. Ich mache es noch ein bisschen höher, da muss ich mich nicht mehr ganz so zu bücken, ne? Da kommt auch Ludwig wieder herein, ne? Ludwig ist auch total hin und weg von seinen neuen Freunden, ne, Ludwig? Sag mal, hallo. Ich könnte theoretisch von Ludwig auch sowas anfertigen lassen. Das wäre auch eine gute Idee, Ludwig. Dich als Aufsteller und dann vermarkten wir dich. Ja. Sieht mega cool aus, muss man wirklich lassen. Hier kann man auch zeigen, hier zum Beispiel, ich zeige es euch nochmal, ja? Zum Beispiel hier, Orko. Wenn man ihn hier dran pappen würde, würde es richtig mega cool aussehen. Man kann ihn auch an die Wand pappen. Ginge auch, ja? Falls, wenn er sagt, boah, die Aufsteller, die sind wirklich blöd, ja? Dann machen wir es einfach so, wir stellen einfach Orko, kleben wir denn auf Regale oder auf Wänden, ja, wie ihr es gerne habt. Und, ja, die Figuren oder die Aufsteller sind natürlich, ein bisschen mehr ins Bild reinhangeln, sind natürlich verschieden groß, ja? Hier zum Beispiel Skeletor ist, glaube ich, 36 Zentimeter groß. He-Man weiß ich gar nicht, aber ich vertue mich vielleicht auch in den Zahlen. Also, die sind schon groß, ist auf alle Fälle ein Hingucker, man sieht die auf alle Fälle im Zimmer, aber auch nicht so wahnsinnig groß. Aber die sind wirklich mit Liebe hergestellt worden. Jetzt fragt ihr euch, wie teuer ist das? Das variiert, das könnt ihr bei dem Anbieter, der seinen Shop unter anderem bei Instagram anbietet, ja, da könnt ihr eine Privatnachricht nach ihm hinschicken und er macht euch einen Kostenvoranschlag. Ihr könnt ja einstimmen, ja oder nein, oder ihr könnt verhandeln, wie auch immer. Was müsst ihr mit ihm abklären? Wie gesagt, ich bekomme da keine Kohle für. Habe ich durch Zufall entdeckt, ja, bei Ebay, habe ich entdeckt Orko und Beastman. Orko habe ich günstig ersteigert für, glaube ich, 18 Euro, bin ich mal ganz sicher, für 18 Euro. Beastman ist mir durch die Lappen gegangen. So, und so kam der Kontakt zustande, wo ich gesagt habe, bietest du vielleicht auch He-Man-Sachen an? Ja, er bietet noch He-Man-Aufsteller an, nicht nur He-Man auf Battle Cat, sondern auch He-Man alleine, wie auch immer. Und so ist der nette Kontakt zustande gekommen und ich habe mir, wie ihr seht, mir einige davon gekauft. Ja, und es werden auch nicht die letzten gewesen sein. Ludwig als Aufsteller fällt mir das gerade an, ist gar nicht so schlecht. Ich blende euch unten mal ein, welcher Shop es ist. Ihr wartet ja sehnsüchtig darauf, damit ihr endlich bestellen könnt. Der Shop heißt bei Instagram Heroes of the Past. Ja, Heroes of the Past, so heißt die Instagram-Seite. Damit könnt ihr euch erstmal ein paar Bilder anschauen, die es da gibt. Und ihr könnt natürlich auch mit dem Verkäufer in Kontakt kommen. Wie ich schon sagte, er fertigt auch andere Sachen an. Das zeige ich euch jetzt mal noch nebenbei, was ich mir denn geholt habe. Moment. Meine zweite Lieblingsfigur, ihr wisst ja, mein zweiter Held der Kindheit ist hier. Moment, außer Ludwig. Ludwig, geh mal runter, du versaust mein Hemd wieder. Warte. So, hier. Captain Future. Auch Captain Future kann man hier erwerben. Sieht richtig gut aus. Er mit seinen Laserpistolen. Mega. Kann man auch machen. Ja, also, es ist die Kreativität von euch, ist keine Grenzen gesetzt. Ja, fragt einfach an, welche Motive er noch anbietet für eure Vorschläge. Und dann ist das Ding schon in sicheren Tüchern. Ja. Das wollte ich euch unbedingt mal gezeigt haben. So ein Deko-Tipp ist auch mal wichtig. Ja, damit kann man seine Bude, sein Sammlerzimmer nochmal schön veredeln. Ähm. Ja, ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare reinposten, wie ihr das findet. Gut, wie gesagt, hier unten die Aufsteller, ja, diese Halterungen sind schon befremdlich. Muss ich leider auch lassen. Das ist nicht sehr gut gelöst von ihm. Aber er hat mir versichert, er arbeitet, ich mach nebenbei noch die Kamera, ne. Er arbeitet an Lösungen. So, jetzt wollen wir noch zum Schluss, dazu muss ich aber mein Handy suchen, weil da ist auch der Gewinner drin von diesem tollen Doppelpack, ja, von den Funko, Wynel, Beastmen und die Sorceress. Ja, die Person, die es gewonnen hat. Da muss ich kurz mein Handy anmachen, mein Handy anwerfen. So, wie gesagt, Heroes of the Past, ja, bei Instagram, äh, da gibt es wie gesagt tolle Sachen, da habe ich auch gesehen, Bud Spencer als Mücke, so ein Aufsteller, macht sich natürlich für jeden Bud Spencer-Fan natürlich gut oder von den Ghostbusters oder Rocky. Ach, toll, 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 toll. Ich bin total überzeugt von diesen Aufstellern, die sind wirklich das Geld wert und es ist wirklich nicht so teuer, ja. Ja, so, dann wollen wir mal gucken, wer hat gewonnen dieses tolle, dieses tolle Doppelpack? Es hat gewonnen Christian Alexander Schmidt. Ich glaube, der hatte schon mal, also, kann das sein, dass du bei mir schon mal gewonnen hast, jetzt wo ich den Namen mir vorlese? Naja, egal. Er hat den Kommentar geschrieben, weil ich habe gesagt, um das Doppelpack zu bekommen, müsst ihr einen tollen Kommentar unterhalb des Videos hinterlassen und dann gucke ich mal und entscheide. Und er hat geschrieben, Ich würde das Vinyl-Doppelpack gerne für meine Frau haben, da ich immer noch verzweifelt mit allen Mitteln versuche, ihr die Masters of the Universe näher zu bringen. Ja, das hat wohl dieses Pack wohl verdient, damit die Ehefrau endlich mal ein Einsehen hat und auch mit ihm zusammen zum Beispiel die Masters auf DVD schaut, ja. Herzlichen Glückwunsch, Christian Alexander Schmidt zu diesem tollen Doppelpack. Kontaktiere mich über die Social-Media-Seiten von Instagram oder wahlweise auch bei Facebook, da habe ich ja einige Seiten, habe ich ja da. Und dann geht das Ding schnell zu dir. Herzlichen Glückwunsch. So, damit beschließe ich das heutige Video mit Lufi, der leckt ja immer an meinem Arm. Ja, er nimmt die Salze auf, das habe ich euch schon mal erklärt. Guck mal hier, sieht man das, sieht man ein Bild? Guck mal, der ist ja wirklich wie verrückt. Ja, er weiß, wer ein guter Papa ist. Damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Giganten Phantom. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei eines der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Ach ja, mal nebenbei noch erwähnt, bevor ich jetzt wirklich abschließend was sage, ihr vermisst bestimmt das Unboxing zum Barbarian Skeletor der Masterverse-Reihe. Ja, Amazon hat es angekündigt, es kam nie zu mir anders, die Figur. Ja, da bin ich entsetzt. Dann habe ich mit Amazon in den USA Kontakt aufgenommen. Und die meinen, heute am Aufzeichnungstag dieses Videos sollte es ankommen. Jetzt haben wir es schon 15.35 Uhr. Ja, und es ist bis jetzt immer noch nicht angekommen. Also, ich warte immer noch auf diesen Barbarian Skeletor aus der Masterverse-Reihe. Ich hoffe mal nicht, es ist wieder verschütt gegangen. Naja, nichtsdestotrotz, bleibt trotzdem weiter sammelwütig, gesund und friedlich. Tschö. Tschüss. Ich habe gesagt, tschüss Ludwig. Tschüss. 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 Vielen Dank.